zu versuchen, jede Geschichte noch besser zu machen als die letzte. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur produktivsten Zeit deines Tages. Das ist schon der 29. Tag, der 30-Tage-Home-Office-Schreib-Challenge. Und wir sind heute hier, um gemeinsam zu schreiben an deiner Geschichte. In 30 Minuten gehen immer, jeden Tag, auch wenn man dafür um halb fünf aufstehen muss. Und ich habe schon gesehen, im Chat sind schon ein paar da. Guten Morgen, Professor Blomberg und Ilka, trotz Muskelkater. Guten Morgen, Huchenrauch und Sofa-Heldin und Matthias. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt Lust zu schreiben. Am Dienstag geht es auf jeden Fall weiter mit der Season 2 von der 30-Tage-Home-Office-Schreib-Challenge. Morgen, flinke Feder. Und Doro schreibt. Und X... ähm... X... Ah, wenigstens bist du jemand Echtes. Ich weiß zwar nicht, wie ich dich aussprechen soll, aber es freut mich auf jeden Fall, dass du dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß. Ich erkläre ganz kurz, wo ich war und dann legen wir ganz schnell los, weil der Timer läuft schon. Es wird allerdings ein paar kleine Änderungen geben. Da würde ich gerne nach dem Stream drüber sprechen. Also wer dann noch da bleibt, kommt mit, weil der Timer läuft unten schon. Und zwar habe ich versucht, die erste Szene nochmal von vorne zu lesen und zu gucken, ob die Charaktere konsistent mit dem handeln, was ich mir für die Charaktere ausgedacht habe. Das hat soweit sehr gut geklappt, bis ich zu den Bran-Brüdern gekommen bin, die ihren Namen wahrscheinlich nochmal ändern werden, weil ich gemerkt habe, dass ich keine Ahnung habe, wie Todd darauf reagiert, dass da jetzt nackter Mann bei ihr auf der Veranda steht. Und das heißt, ich muss ein bisschen besser wissen, wer er so ist. Das heißt, heute kümmere ich mich wahrscheinlich ein bisschen um die Bran-Brüder und Todd. Oder ich entscheide, dass ich noch nicht genau weiß, wer die eben sind und schreibe oder versuche, die erste Szene nochmal weiterzulesen und zu gucken, ob mir da eine Erleuchtung kommt, wie der da reagieren müsste. So, das heißt, guten Morgen, Casey. Das heißt, wir legen jetzt los und ich wünsche euch viel Spaß. Wir sehen uns in 30 Minuten. Und die Zeit ist wieder um. Ich habe gesehen, es gab irgendwie eine Frage. Moment, ich scroll gerade zurück. Professor Blumberg hat Skrivener gekauft und ist schon ganz aufgeregt und ich bin gespannt, wie es mit Skrivener geklappt hat. Er hat sich die Tage eingearbeitet. Fandst du das kompliziert? Hat das lang gedauert? Hat das frustriert? War das gut? Keine Ahnung. Sag mal. Matthias, ja. Die halbe Stunde ist immer viel zu schnell um. Ja, Huchenrauch hat ihr Ziel erreicht und wieder tausend Wörter geschrieben. Herzlichen Glückwunsch, wie immer. Professor Blumberg war toll. Er mag die Struktur und den Schreibmodus. Er hat sich tausend YouTube-Videos angeschaut, um die Grundfunktion zu kapieren. Jetzt fühlt er sich sicher. Also als ich angefangen habe, habe ich, glaube ich, einfach angefangen zu schreiben und dann den Rest dann immer, wenn ich was gebraucht habe, dazu entdeckt. Klinke Feder hat sich am Anfang auch so viele Tutorials angeguckt. Gunti ist auch da, hallo. Eine bescheidene Nacht, aber jetzt ist sie da, dann... Doppelten herzlichen Glückwunsch. Besser spät als nie, hast du vollkommen recht. Ob ich abschätzen kann, wie lange ich an dem Buch schreiben werde? Da habe ich letztens auch schon drüber nachgedacht. Wenn ich jeden Tag wirklich nur eine halbe Stunde an dem Buch schreibe, dann sind das nach einem Monat 15 Stunden. Wenn man davon ausgeht, dass ein normaler Arbeitstag acht Stunden hat und ich bei zwölf und zwölf einen Monat für ein Buch gebraucht habe, und einen Monat dann logischerweise etwa zwei Arbeitstage bedeutet, dann bin ich noch eine ganze Weile dran. Das ist mir definitiv zu lang. Ich habe auch schon gemerkt, dass es mich Zeit kostet, mich immer wieder einzudenken, dadurch, dass ich halt nur die halbe Stunde daran arbeite. Habe ich jetzt zum Beispiel heute Morgen das Gefühl gehabt, vor allen Dingen eben, als ich hier in diese Szene zurückgesprungen bin, wie fühlen die sich jetzt eigentlich nochmal? Ich weiß zwar, was faktisch passiert ist, dabei habe ich mir ja diese Unterüberschriften gemacht, aber ich habe trotzdem kein besonders gutes Gefühl dafür, was die Charaktere gerade fühlen. Was bedeutet, ich müsste die Szene eigentlich wieder von vorne lesen? Wenn ich aber jedes Mal alles von vorne lese, ist irgendwann die halbe Stunde um, bis ich mit Lesen fertig bin. Ich lese nämlich nicht besonders schnell, weil ich mir selber gerne im Kopf betone, wie ich das jetzt lesen würde, wenn ich das laut vorlesen würde. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, vielleicht irgendwie so eine Art Schreibmarathon oder sowas einzuführen irgendwann, an einem Wochenendtag oder sowas, um dann wenigstens mal einmal länger am Stück an dieser Geschichte zu schreiben, um das vielleicht auch zu streamen, wenn da Interesse dran besteht, weiß ich nicht. Wenn ich Lust habe, das zu machen und ich das Haus gelehrt bekomme in der Zeit. Casey fragt, welchen Fehler darf man beim Schreiben auf keinen Fall machen? Sofa Heldin hat geantwortet, aufhören zu schreiben. Das ist richtig, dem schließe ich mich an. Aber ich würde sagen, eine andere Sache ist auch noch zu denken, dass man fertig ist oder dass man, also nicht die Geschichte, sondern dass man als Schriftsteller irgendwie fertig werden kann. Ich weiß, dass ich ganz lange gedacht habe, also nicht bewusst gedacht habe, ich hatte in meinem Kopf so diesen Gedanken, als Schriftsteller schreibt man ein Buch und dann wird man damit berühmt und dann ist man fertig. Ich weiß, das ist irgendwie ein merkwürdiger Gedanke, aber es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich gecheckt habe, nein, du schreibst nicht ein Buch, du schreibst 5 oder 10 oder 50 oder 100 und ich meine, mittlerweile habe ich ja schon 21 geschrieben und ich bin nicht fertig, ich möchte gerne noch andere Geschichten schreiben. Ja, also es geht immer weiter und nicht nur das Schreiben geht immer weiter, sondern auch die Entwicklung geht immer weiter. Es gibt niemals einen Zeitpunkt, wo ich, also ich denke nicht, ich hoffe, dass es niemals einen Zeitpunkt geben wird, an dem ich sagen würde, jetzt weiß ich alles über das Schreiben, was es zu wissen gibt. Ich hoffe und ich denke, dass man immer weiter dazulernt und dass es gut ist, zu versuchen, jede Geschichte noch besser zu machen als die letzte. Ja, ich denke, die Einstellung ist ganz, ganz wichtig. Professor Blum, was, ich werde nicht berühmt nach diesem einen Buch? Hm, wer weiß, es gibt auch Leute, die im Lotto gewinnen, auch wenn es nur einer von weiß ich nicht, wie viel Millionen ist. Wir werden bestimmt alle berühmt. Ja, schon allein deshalb, weil wir nicht aufhören, sondern weiterschreiben. So fällt Ihnen dann auch das Ziel erreicht. In einer Stunde 1200 Wörter. Ilka auch. 1500 in einer Stunde. Danke an die Tipps von gestern, gerne. Matthias hat 487. Herzlichen Glückwunsch. Ja, achso, ich wollte noch ganz kurz was sagen, zu wie die Challenge weitergeht. Und zwar habe ich überlegt, dass ich gerne so eine Art Mini-Schreib-Workshop machen möchte, vielleicht sogar einmal in der Woche und mich dann da mit einem bestimmten Thema beschäftigen möchte. Ich habe gestern dazu auch schon ein Newsletter geschrieben. Das bedeutet, ich werde im Newsletter ankündigen, was an der nächsten Woche als Thema ansteht. Habe mir überlegt, dass ich mit den elf Ebenen anfangen möchte, wobei wahrscheinlich nicht die ganzen elf Ebenen dann direkt beim ersten Mal abgearbeitet werden. Ja, darüber würde ich auf jeden Fall gerne sprechen. Ich habe schon seit Jahren vor, selber einen Schreibkurs zu machen. Bin da auch immer wieder drauf angesprochen worden. Und das bedeutet, das Ziel ist daraus dann zu entwickeln, was dann in diesen Schreibkurs tatsächlich reinkommt. Denn wenn ich das alleine mache, dann wird dieses Projekt irgendwie immer größer und niemals fertig. Das ist der eine Punkt. Und das andere ist, ich möchte gerne die Leute noch ein bisschen mehr motivieren dazu, dann auch tatsächlich morgens hier anwesend zu sein. Und das bedeutet, ab nächste Woche Dienstag werde ich das Archiv so einstellen, dass es nur für Abonnenten von diesem Twitch-Kanal zugänglich ist. Das bedeutet, live kann man weiterhin kostenlos zuschauen und mitschreiben, genau wie das ist, weil das gefällt mir nicht, ich finde das super, wenn so viele Leute da sind, es sollen noch mehr Leute da sein. Und deshalb gibt es das Archiv dann nur für Abonnenten. Das heißt, wenn man dann nachträglich das gucken möchte, sowohl das Live-Schreiben, als auch dann diese Schreibworkshops, dann muss man halt den Kanal abonnieren. Genau. Danke fürs Motivations-Mail-Link schicken. Eine Frage, ist einer von euch schon in den Motivations-Mails drin? Oder wie habt ihr das hier gefunden? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, wie gesagt, also ansonsten ändert sich nichts. 35 steht weiter und ich würde mich weiter freuen, wenn ihr dann mitschreibt an euren eigenen Geschichten. Vielleicht kommen auch noch, wenn Interesse besteht, längere Schreib-Sessions dazu. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, es kommt auch sehr auf meine Haushaltssituation an. Seit 12 in 12 hat sie abonniert. Ha, das freut mich. Ja, das heißt, ihr wisst ja alle schon Bescheid. Hätte ich gar nichts erzählen müssen. Okay, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder um 5.30 Uhr. Wenn du den Folgen-Button drückst, bekommst du eine Nachricht, sobald der Counter losgeht. Wir sehen uns morgen um 5.30 Uhr und ganz viel Spaß beim Schreiben. Tschüss!